Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich habe den Teleprompter hier unten hingelegt, weil ich das so spontan übernommen habe und ab und zu nochmal vielleicht drauf gucken möchte. Ja, aber nichtsdestotrotz, Detlef und ich kennen uns schon sehr lange, deshalb bleiben wir auch, denke ich, beim Du. Es geht ja hier vielleicht mal darum zu schauen, wie das, was wir eben aus den verschiedenen Ländern gesehen haben, nochmal ein bisschen auf Deutschland runterzubrechen und zu schauen, wie natürlich in dieser doch sehr komplexen und komplizierten und manchmal äußerst schwierigen föderalen Struktur irgendwie was vorangebracht werden kann. Ob das jetzt Filmbildung im Besonderen oder Medienbildung im Allgemeinen ist, ich denke, es läuft fast immer auf das Gleiche, jedenfalls was die Probleme, die dort auftauchen, hinaus. Ihr habt ja in Niedersachsen eine Rahmung hergestellt. Die Jahreszahl 2012 ist ja schon genannt worden als Termin für die erste KMK-Erklärung zur Medienbildung in diesem Jahrtausend, muss man sagen, oder diesem Jahrhundert. Nur mal so zur Erinnerung, welche Intervalle das hatte vorher. Die davor liegende Erklärung war aus dem Jahre 1995, also da waren schon einige Jahre, wer schnell rechnen kann, es sind 17 Jahre dazwischen gewesen. Und also 2012 war auch für Niedersachsen ja ein wichtiger Termin. Ihr habt ja dann auch versucht, praktisch auf Landesebene gleich einen Rahmen herzustellen. Vielleicht kannst du noch mal so ganz kurz dich zurückbieben in das Jahr 2012 oder in die Zeit. Was habt ihr denn da gemacht, damit es überhaupt so zu den Dingen kam, über die wir dann im zweiten Schritt vielleicht reden wollen? Also dieses, ist das an? Ja. Diese Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 2012 hatte ja auch eine Geschichte und ein Teil dieser Geschichte war auf der Ebene der Länderkonferenz, der Medieninstitute der Länder, das Konzept zur Medienbildung, das 2008 in der ersten Fassung und dann überarbeitet 2015. Und das ist ja ein Prozess, wo über mehrere Jahre versucht wird, einen konzeptionellen Rahmen für Medienbildung zu schaffen und den in die politischen Entscheidungsgremien einzuspeisen. Das ist mit dem Papier von 2012, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Und dazu parallel ging es immer darum, in der föderalen Struktur Deutschlands das in den Bundesländern umzusetzen. Für Niedersachsen hieß das, wir haben einen Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule entwickelt und ein zweiter Rahmen, der parallel dazu stattgefunden hat, ist, dass sich an einem runden Tisch Medienkompetenz in Niedersachsen alle Landeseinrichtungen, die sich in irgendeiner Form mit Medienbildung beschäftigen, zusammengesetzt haben, um ihre Arbeit aufeinander abzustimmen. Und aus diesem runden Tisch Medienkompetenz ist ein Bildungs-, damals das erste bildungsbereichsübergreifende Konzept zur Medienbildung in Niedersachsen entstanden. Von der Geburt an bis zur Seniorenbildung, um es zu sagen. Und diese beiden Konzepte waren jetzt für die praktische Arbeit in der Schule, hat den größten Teil der Lehrer relativ wenig interessiert, wie bei all diesen Konzepten und Bildungsplänen. Sie sind aber nichtsdestotrotz von daher wichtig, weil sie den legitimatorischen Rahmen in der Bildungspolitik für die eigene Arbeit bilden. Und der ist wiederum wichtig, wenn es darum geht, Ressourcen zu bekommen. Wenn es darum geht, schlicht und einfach Mittel für Lehrerfortbildung oder für die Anschaffung von Filmlizenzen zu kriegen, dann kann man darauf verweisen, guckt doch mal in die KMK-Erklärung, da steht drin, dass das verbindlich in Schule passieren muss. Guckt euch das Gesamtkonzept Medienkompetenz in Niedersachsen an, da steht drin, dass ihr das machen müsst. Und im Hinterkopf wissend, es passiert kaum, aber die 200.000, die ich dann haben wollte, die kriege ich. Und das ist so diese etwas schizophrene Situation, ein Papier mit viel Lyrik zu entwickeln, von dem man weiß, dass, es wurde ja heute auch schon angesprochen am Anfang, für die Schule bestenfalls dieses Kompetenzraster interessant ist. Weil das passt schön, kann ich schön parallel bilden mit den Kerncurricula und abhaken. Kompetenz 1 erreicht, Kompetenz 2 erreicht. Fürs Geldbeschaffen ist das, was drumherum steht, wichtig. Ja, du hast ja jetzt schon die Eckpunkte so ein bisschen benannt. Das heißt also, KMK ist immer wichtig als Referenz, aber es ist irgendwie nichts, was greifbar ist für die Menschen, sowohl in der Landesverwaltung als auch erst recht für diejenigen, die in der Schule sind. Aber es ging natürlich dann auch darum, dass ihr ein Landeskonzept hattet, in dem ja auch ganz konkrete Zahlen drin standen. Also du hast ja eben darauf hingewiesen, es war ja ein langer Prozess bei euch. Ihr habt ja vier Ministerien ins Boot geholt, bloß die Staatskanzlei. Das heißt also, es war eine sehr starke, geballte politische Macht dahinter. Und was wichtig war, es waren Meilensteine, wo auch Zeitvorgaben da waren. Also nicht nur, wir wollen mal bis irgendwann, sondern da waren ganz klare Zeitlinien, wo man etwas erreichen wollte und die waren auch entsprechend mit Etatmitteln hinterlegt. Und insofern können wir jetzt ja vielleicht mal auf diesen zweiten Punkt, der vielleicht hier natürlich etwas größeres Interesse besitzt, nämlich die Frage der Filmbildung. Ihr habt ja auch im Rahmen dieser ganzen Entwicklung sowohl Plattformentwicklung betrieben, ihr habt Ressourcen aufgebaut in Form von Filmen und ihr habt auch ein Personal geschaffen und ihr habt daneben noch sicherlich das ein oder andere, was Filmfestivals, Wettbewerbe war. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, ich weiß, wir haben nicht sehr viel Zeit, weil wir schon ein bisschen Zeitverzug sind, aber einfach mal so das, was jetzt dann sich konkretisiert im Rahmen der Filmbildungsarbeit im weiteren Sinne ergeben hat. Also im Rahmen dieser ganzen Konzepte, die wir entwickelt hatten, war Filmbildung von Anfang an ein Schwerpunkt unserer praktischen Arbeit. Und ein Schwerpunkt unserer praktischen Arbeit heißt auch, dass wir sozusagen auf das System Schule mit unterschiedlichen Maßnahmen zugegriffen haben oder das versucht. Also einmal für die Aktivierung von Schülerinnen und Schülern sind Wettbewerbe ein probates Mittel, weil es auch für Schule interessant ist, wenn die eigene siebte Klasse die niedersächsische Filmklappe gewonnen hat. Und das haben wir immer versucht, mit den Strukturen der Medienberatung in Niedersachsen zu verknüpfen. Das heißt, dieser Wettbewerb ist in den Regionen, es gibt 16 regionale Filmwettbewerbe, die von den Medienberatern der Regionen organisiert werden und die Sieger dieser Wettbewerbe kommen dann einmal im Jahr landesweit zur Niedersachsen-Filmklappe und die Sieger der Niedersachsen-Filmklappe werden beim European Up-and-Coming-Festival in Hannover auch nochmal präsentiert. Sodass wir über diese Wettbewerbsstruktur eine Verknüpfung von schulischer und außerschulischer Bildung geschaffen haben und das jetzt seit 2000 und keine Ahnung was. Parallel dazu, eben gesagt, Medienberater sind Spezialisten für alles, einige davon auch für Filmbildung, wenn wir Filmbildung in der Schule stärker verankern wollen, brauchen wir auch zusätzliches Personal. Und ich glaube, jetzt im nächsten Jahr geht die Qualifizierung sogenannter Filmlehrer in die achte Runde. Und was uns selbst überrascht hat, es sind sieben Module, drei bis fünf Tage, was eigentlich im Rahmen der Lehrerfortbildung gar nicht geht, aber es geht, auch in Kooperation mit der Akademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel und in Kooperation mit Up-and-Coming. Und wir haben pro Durchgang bei 15 Plätzen 50 bis 70 Anmeldungen. Und das seitdem es das Ganze gibt. Nur zwei so Aspekte. Alle zwei Jahre findet der Film-Summit statt, wo wir versuchen, alle diejenigen, die im Lande Niedersachsen mit Filmbildung in Schule zu tun haben, zusammenzubringen. Parallel dazu gibt es eine Veranstaltung für den außerschulischen Bereich, mit denen wir kooperieren. Und wenn ich kooperiere, ist das auch so ein Kriterium. Für uns ist es wichtig, alle diese Maßnahmen oder die meisten dieser Maßnahmen mit Partnern aus der außerschulischen Bildung gemeinsam zu machen und über diese Maßnahmen in den Regionen Netzwerkstrukturen zu schaffen, die auch ohne zentrale Impulse weiterlaufen. Das kann man nicht verordnen. Das funktioniert auch nicht immer. Und dafür braucht man, glaube ich, einen langen Atem, solche Maßnahmen auch durchzuführen, wenn dann mal statt erwarteter 100 Personen nur noch 30 kommen, dann macht man es trotzdem weiter. Und noch ein drittes und noch ein viertes Mal. Und dann beim siebten Mal kommt zum Schulmedientag nach Göttingen dann über 400. Ja, wir haben ja vorhin an verschiedenen Stellen, als es um die Portale ging, immer wieder so die Frage, so leicht am Hintergrund oder auch manchmal direkt gehört, wie sieht denn das aus mit den lizenzrechtlichen Geschichten? Was kann man da hinstellen? Was ist dann möglich? Und wo ist die Grenze? Ihr habt ja in Niedersachsen das Füllhorn ausgeschüttet und habt Filme gekauft. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also Füllhorn ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gemessen an dem, was in anderen Bundesländern passiert, sicherlich. Füllhorn ist sicher übertrieben, aber wir haben im Zusammenhang mit EU-Geldern, die gab es mal 2004, 2005, von jetzt auf gleich 4 Millionen Euro bekommen für die Anschaffung von Medien. Und haben in diesem Zusammenhang unsere Distributionsplattform Merlin aufgebaut, um diese Medien an Schule zu vertreiben. Und das, was uns in diesem Zusammenhang immer wichtig war, ist, wenn man von handlungs- und schülerorientiertem Unterricht spricht, dann brauche ich für die Arbeit mit Medien, für die Arbeit mit Filmen, eine Rechtskonstruktion, die es den Schülerinnen und Schülern auch erlaubt, mit diesen Medien zu arbeiten. Also darüber hinaus zu gehen, einen Film anzugucken und sich hinterher über die Bilder im Kopf zu unterhalten und nicht über den Film. Also muss ich mit dem Film arbeiten können und ich brauche die lizenzrechtliche Berechtigung, dass ich diese Filme nicht nur im Unterricht zeigen darf, sondern den Schülerinnen und Schülern an die Hand geben darf und die dieses Material bearbeiten können. Und diese Merlin-Rechte haben nicht alle und viele Zähne knirschend, aber die meisten Lizenzgeber akzeptiert. Manchmal kriegt man dann einen Film, den man haben will, nicht, weil die nicht bereit sind dazu. Und diese Filme stehen dann passwortgeschützt hinter der Merlinschranke für Schulen und mittlerweile auch für außerschulische Bildungseinrichtungen in Niedersachsen zur Verfügung, zum Download und damit auch zur Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler. Und das war für uns die Grundlage, wenn wir schon diese Rechte haben, dann bearbeiten wir diese Materialien für den Unterricht selbst doch auch. und das, dann kommt Olaf und die Ammer AG ins Spiel, nutzen wir das, um diesen Sprung zwischen Filmbildung und Unterrichtspraxis ein bisschen zusammenzubringen. In 45 Minuten Geschichtsunterricht kann ich keinen anderthalb Stunden Spielfilm zeigen und schon gar nicht bearbeiten. Aber ich kann über Merlin den Film zur Verfügung stellen, dass die Schüler ihn als Ganzes sehen. Die lesen ja auch nicht 400 Seiten Faust in 45 Minuten Deutschstunde und kann Materialien dazu erstellen, die notfalls auch in 45 Minuten Geschichtsunterricht bearbeitbar sind. Und das war unser Ansatz für das, was der Olaf Schneider gleich vorstellt. Nutzen wir doch die interaktiv, die digitale Technologie dazu, Filmarbeit praktisch handhabbar zu machen und jetzt nicht auf der Ebene des Produzierens, sondern des Analysierens, Reflektierens und für Geschichte die Auseinandersetzung mit Filmen als historische Darstellung und Quelle. Ja, du hast jetzt schon die Überleitung gemacht. Wir wollen jetzt nochmal einen kleinen Schnitt dazwischen machen. Vielleicht kannst du noch kurz den Werbeblock einschieben. Die Filmseite kann man wo finden? Die Filmseite findet man auf dem niedersächsischen Bildungsserver und dort im Portal Medienbildung. Und das vielleicht, weil es hier ja mehr als nur Historiker sitzen und Olaf auch noch andere Materialien. Das, was wir auch vor über zehn Jahren angefangen haben für die Filmbildung ist, den niedersächsischen Filmkanon zu entwickeln. Auch aus der Tatsache, was ja mehrfach ja schon angesprochen ist, für Schule ist es auch aus unserer Perspektive nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, sich mit dem Filmerbe zu beschäftigen beziehungsweise mit einigen Filmklassikern. Für Schule ist es aber auch wichtig oder für Fortbildung, sich mit den Filmen beschäftigen, die irgendjemand aus irgendwelchen Gründen für wichtig erachtet hat, im Curriculum Deutsch zu verankern. Und für Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, sich auch mit aktuellen Filmen zu beschäftigen. Und deswegen besteht dieser niedersächsische Filmkanon nicht aus den hundert besten Filmen der Filmgeschichte, sondern aus einer sehr starken Mischung von Filmklassikern, aktuellen Filmen und Filmen, die für curriculare Umsetzung bedeutsam sind. Und auch diese Filme haben wir, nachdem wir anfangs auch so gearbeitet haben wie die meisten, wir haben ein PDF dazu, das kann man lesen, jetzt auch in der gleich vorgestellten Art versucht werden, mit digital interaktiv zu bearbeitenden Materialien. Aufzubereiten und haben auch vor, das weiterzumachen. Und da kommt man dann natürlich ganz schnell an die Ressourcengrenze. Das geht nur punktuell, das geht nur mit Partnern und das geht auch nur mit langem Atem. Und man sagt, das Projekt ist für uns sinnvoll und wichtig, das machen wir weiter. Und ums Geld muss man eh immer kämpfen. Und zu wenig hat man auch eh immer. Okay, ja, vielen Dank erstmal, der hat das Ende war. Christine Kopf hat mich gebeten, also auch nochmal jetzt gleich die Fragerunde schon mal für unmittelbare Nachfragen zu öffnen. In der Zwischenzeit kann ja hier dann vielleicht die technische Vorbereitung stattfinden. Ja, gibt es unmittelbar noch Fragen an... Der steht also in den Bildungseinrichtungen. Also im Prinzip Schule, aber auch für die außerschulische Bildung, die Einrichtungen der Jugendbildung und der Erwachsenenbildung haben auch Zugriff auf den niedersächsischen Bildungsserver. Man muss sich akkreditieren lassen dafür dann. Aber wenn ich jetzt nicht zuhöre, könnte ich den nicht auch... Nein, das ist eben diese Rechtskonstruktion, wo ich gesagt habe, die Merlin-Rechte. Die Voraussetzung ist, es darf nicht jedermann bearbeiten, also damit arbeiten, sondern... Achso, die Liste der Filme steht frei im Netz. Die kann man sehen und so etwas. Und einige dieser Materialien dazu, aber sagt Olaf auch gleich, stehen auch frei im Netz, da wo wir sozusagen mit den Film-Machern die Rechte erworben haben, das gesamte Paket ins Netz zu stellen. Das geht aber leider nicht immer. Die beinhalten, denke ich mal, das Arbeit bearbeiten im PC-Raum, also Stop and Go, betrachten einzelne Szenen und so weiter und so fort, auf mehreren Rechner gleichzeitig laufen, damit eine Klasse damit arbeiten kann bei den Filmen. Beinhaltet das auch zum Beispiel Szenen rauszuschneiden und die zum Beispiel umzusetzen und so weiter und so fort? Das ist ja der Zweck der Übung. Also ist das Recht, den Film den Schülern auch mit nach Hause zu geben und die kommen damit mit einer eigenen, wie hier auch an Beispielen, zurück im Unterricht. Das, was nicht inbegriffen ist, dass die dann ihr hervorragendes Ergebnis bei YouTube hochladen. Also es soll in den geschlossenen pädagogischen Räumen bleiben. Das ist das, was wir sozusagen, was Lehrkräfte an den Schulen auch unterschreiben, wenn sie den Zugang zu Merlin bekommen. Was natürlich jeder weiß, letztlich verhindern ließe sich das nicht. Aber bisher ist in diesem Bereich ja nichts passiert und von daher gibt es auch keinen Grund davon Abstand zu nehmen. Wie gesagt, man kriegt nicht bei allen Rechteinhabern das Recht. Gerade bei amerikanischen Filmen, die sagen, eigentlich wollen wir bei Merlin nur Filme haben, wo wir auch eine unbefristete Lizenz kriegen. Das geht bei Spielfilmen fast nie. Da kämpfen wir dann um jedes Jahr und liegen jetzt so im Schnitt bei sieben Jahren Lizenzzeit. Ich glaube, daran schließt sich meine Frage an. Wenn Sie jetzt bei Merlin so kämpfen, teilen Sie, kann man diese Informationen beziehungsweise diese Rechte nicht allen Bundesländern zur Verfügung stellen oder ist das nach wie vor ein Politikum? Also das wäre doch toll, wenn sich nicht in jedem Bundesland ein Mensch wie Sie oder Kollegen von Ihnen damit befassen müsste, das gleiche Recht 16, 18 Mal zu diskutieren und zu bekommen. Meiner Sicht, das ist auch auf Länderebene mehrfach diskutiert worden, wenn das in einem Bundesland klappt, müsste das in 15 anderen Bundesländern auch klappen. Warum nicht, hat manchmal etwas damit zu tun, wie drücke ich mich jetzt aus, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Plattformen, auf denen man die Filme zur Verfügung stehen, andere sind als in Niedersachsen, wo wir die Plattform selbst entwickelt haben. Und wenn noch Dritte mit im Geschäft sind, kann es Probleme geben. Das ist, glaube ich, der hauptsächliche Grund, dass die Merlin-Rechte in dieser Form nicht bundesweit sind, das gibt. Angestrebt ist das. Ganz kurz eine Ergänzung, jetzt zum Beispiel speziell auf Hessen bezogen, wir haben auch online verfügbare Filme, die für Schüler zugänglich sind, wo es eine Landeslizenz gibt und wo der Lehrer also praktisch den Link an den Schüler weitergeben kann, so dass der dann zu Hause oder wo auch immer sich diesen Film auch in Ruhe anschauen kann und auch entsprechende Dinge damit machen kann. Also es gibt schon in verschiedenen Bundesländern solche Sachen, aber das Problem ist halt, Föderalismus und die Bildungshoheit liegt bei jedem Land und von daher kann man sich da dran orientieren, aber die Probleme hat der Lefeer schon beschrieben. Ja. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage gehabt, was diese Bearbeitung von Filmmaterial angeht, ist es jetzt durch neue Urheberrechtsfragen, da gibt es ja so auch ein paar Sachen, dass man im Unterricht zum Beispiel auch Materialien bearbeiten kann, ohne da jetzt gleich irgendwie alle Rechte vorab mit dem Rechteinhaber geklärt zu haben. Vielleicht weiß das auch Olaf. Das kann Olaf vielleicht auch sagen, also aus unserer Perspektive, das neue Urheberrecht ist aus unserer Interpretation, auch mit unserem Hausjuristen in Anführungszeichen, der aber kein Filmrechtler oder die ist, ich kann so und so viel Prozent eines Films im Unterricht zeigen. So, wenn wir diese Rechte mit diesem Filmbearbeitung haben, kann ich auch die Filmbearbeitung bis zu dieser Grenze im Unterricht zeigen. Dadurch, dass wir das sozusagen nicht öffentlich, bis auf da, wo wir alle Rechte haben, im Netz spielen, erleichtert, glaube ich, das neue Urheberrecht die Arbeit, die wir machen. Nur ist so eine Erfahrung von mir, ehe ich jetzt die Juristen im Kultusministerium daran setze und dann zehn Jahre warte, bis die mir irgendeine Antwort geben, fange ich erst mal an und warte dann, was passiert. Vielen Dank für genau diesen Pragmatismus und den langen Atem. Sind wir sehr dankbar, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.